Los! Hallo! Ahh! Guten Morgen! Hallo! Hallo! Was geht's so um? Ab, auf den Server, ab, auf den Server, Benni schlagen! Jelau übrigens gerade Kürung! Der war gut! So, wir machen's ganz... Okay, zeig uns jetzt noch ganz schnell wo es lang geht Ich muss Minecraft noch mal neu starten Gleich geht's los! Hast du Weizen, Floha? Was, du hast LARP? es ist zufällig ja ich habe aber direkt die die reizung von 1 ja hatte hier ja ich habe eine bessere idee war ganz kurz ein reiten macht es nicht mehr sind die auf höhere level zu verzaubern nein obwohl wegen glück ich habe 17 level ne ich habe 16 ja ab 30 kann man glück bekommen dann lass noch warten ab 30 level kann man glück 3 bekommen du jocke ja dann lass darauf warten ich habe 17 level ich mache gerade alles dafür bereit sagen wir mal so er macht zum ficken er macht einfach schon die bücherregale effizienz 2 könnte ich auf level 15 kriegen das lohnt sich ja mal gar nicht wobei ich die level dann naja die ihr spitzhacke ist einmalig und dann weg ein buch schuss sicher drei auf für drei level drei lab ist das ist unnötig sonst verzauber irgendwas auf ein level dann bekommst du immer andere verzauberung ich habe jetzt einen eisenschwert mit zur haltbarkeit effizienz 1 effizienz 2 haltbarkeit lohnt nicht mal hier sechs alle sind wir da du kannst meinen eisenspitze immer verzaubern dann habt ihr eigentlich auch ein bisschen eisen mitgebracht noch ja ich habe noch ein bisschen eisen effizienz 2 jane 2 level jetzt mal noch gerade das gold erz das in deiner kiste war noch gerne dagegen bist du nack also und jetzt die dia spitzhacke ich habe auch effizienz 2 wie macht man sound ich bin gleich beschränkt sticks und normales holz das ist aber sound tour du musst los dann mach sticks wo holz ist und holz wo sticks ist kann man jetzt du musst los ich baue die bücher abbauen ja wir verlieren nur das holz das holz haben wir wirklich gemacht ich würde sagen wir machen hier mal ein bisschen warte da umbau ich bin kaltes dumm im zaun dings zu machen ihr müsst auf mich warten bitte ich kann ich gehe mal hier rein nein du musst hinterher gehen junge benny komm her ja ich komme doch in die anrichtung umdrehen ja ich komme ja chill ich bin doch schon da also du musst weg das ist mein ernst jetzt kann gar nicht mehr rennen hä seit wann geht das so ich hab ich sticks da die zaune gehen anders falls du dich wunderst ja ist wirklich aufgefallen rage kitty denny danke dass mir das auch mal gesagt wird ich sehe ich nicht mehr baue dich hoch wir sind über dir hier wurde kobblestone ist ja ich baue hier um ja dass das sehe ich umbau muss den atrium ausgehen umbauen 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 ha 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 oder gut krass so noch höher ja habe ich koppel 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 ah da koppel habe ich koppel äh den schmerz ich auch mal noch grad hallöchen so draußen ist es tiefste nacht äh was wow hey da sind wir so kippen hey das ist die läuft bei dir am haften ey das ist doch nicht fair please äh ja ja okay danke das ist so mega fair also ich lauf so aus der Ausländer raus aber Emma explodiert was neben mir super dankeschön ich seh's gerade also ich glaub ich hab ein paar von deinen Sachen okay ciao ciao Ju danke für deine Hilfe okay ciao Ju ey man ich hab ein paar von deinen Sachen gedroppt ja dann das Dings dient dahin ja nicht mal noch wahr ja vor allem ich lauf so aus dem Ausgang raus noch auf meinem Platz fast neben mir dankeschön vielen dank ich sie mich rüber ich sie mich rüber wo bist du gerade da hinten durch okay in die andere Richtung war nichts mehr so Benni ich hab Lapis noch so ist Lapis im Kopf hübsch hübsch kann ich sein ja so dass da auch wo ich was übersehen war dass der wie heißt es Lapis übersehen ja gut äh ich hab das was auch gerade mal zu gemacht so dann Effizienz ist geil ne ja Effizienz die Effizienz 2 Spitzkort richtig rein ähm ähm ich baue ich mal zu der Lava hoch und baue die mal ab ne ähm ich mach die mal zu so soll man gleich einen kurzen Cut setzen läuft wieso die Folge ist noch nicht so lang ja einfach nur einen Schnitt setzen ich wollte kurz was machen läuft aber echt ey warum ok weil ich baue mich graue weil ich baue mich graue verlassen hatte äh ich mach mal hier kurz Ende meiner Pause und dann gehts woanders weiter ja ok wir nehmen weiter auf jo viel Spaß äh Marvin hast du deine Sachen hier geholt? ja ich hab meine Sachen ich mach hier ganz YOLO Action so hier komm mal schnell hier rein ja ich hab richtig viel Eisen noch an Landgold Marvin du hast deine Rüstung sicher dann wirst du auch nicht mehr von jedem Creeper gleich getötet ne? ja ihr bleibt da drin ihr verdammt ich brauch Zauntor äh die musst du andersrum anordnen um Zauntor zu bekommen ja das ist mir klar ja au ist mir nicht reingefallen ach super so ich glaub äh wir müssen echt mal unser Heim etwas sicherer machen es ist irgendwie schon scheiße wenn er äh direkt wenn man raus geht dann schon direkt eine der nächste Creeper äh erwartet ja so wie Böse ich leuchte mal ein bisschen aus ja 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 ich leuchte mal ein bisschen aus ach das ist ein Lavasee deswegen irgendwie schon scheiße wenn direkt wenn man aus dem Haus geht das dann schon direkt der nächste ich brauche diesen scheiß Wassereimer ähm Frage soll ich hier ähm wieder mit Erde auffüllen oder mit Stein bin erstmal weg morgen wieder oder übermorgen und Dienst noch mir egal okay wenn ich erst mal weg dann machen wir alleine super Jo Heidel wie geht's euch ähm ganz gut mir geht's ganz gut ich bin nur gerade relativ allein und das finde ich gerade relativ traurig übrigens ist gerade ein Soundtor weg nein so scheiße das hat ist es entweder Flur oder ist einfach weg äh lass gucken habe ich das Soundtor habe ich das Soundtor ja ich hab's Soundtor sorry Moment ich komme ähm Moment hab ich irgendwo Krabbel da schmeiß einfach hin da danke schön ich hab sie aufgesandelt super so äh schmeiß einfach hin da YOLO ich hab keinen Krabbel mehr alter das kann doch nicht sein Och wo sind die Kühe hin scheiße First World Problems Tür weg Läuft bei dir Läuft Marvin Läuft bei dir Läuft bei dir Läuft bei dir Alter dat lex alter Volk mir T Slash Juggel So Down Fall Alter ich muss was essen machen Äh ne wie war dat T Slash Tugel Downfall W-w-w-w-wieso Alles zusammengeschrieben Achso zusammengeschrieben zwar Ja So Ach ich muss mir jetzt einfach einen Eimer machen so kannst du nicht weitergehen Und da ist die andere Kuh Hallo Kuh Und da ist die andere Kuh Hallo Kuh Ich hab außerdem das Weizen der Kuh gegeben Super Räuft die andere wieder irgendwo rum Ich muss was zu essen finden und warum sind die keine Dias Frag den Diaman Der Diaman ist nur da Dann hast du Hat er eigentlich jetzt alle Dias in seinem Inventar Äh Benny Ja Hat er alle Dias in seinem Inventar Äh ja Ah Aber ich hab ich hab den Zaubertisch Na toll Immerhin Die Diaspitzlack hat zwar er aber ich hab den Zaubertisch Na dann Ich weiß nicht mehr wie man einen Zaubertisch macht Ähm Mit Buch ganz oben drauf und äh Ach er stimmt doch ja Eisen Ich hab kein Eisen in meinem Inventar So viel hab ich jetzt schon mal festgestellt Wie wärs wenn ich in der Truhe guck Toll Jetzt hab ich noch einmal sehr gut Ich hab keine Steaks Na komm Na komm Na komm Ja bin ich froh wenn mein ganzes Holz sich hier mit hab Komm Na komm 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 Na komm rein Ja So 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 jetzt vermehren wir euch noch ein bisschen Da macht Kinder Macht Kinder Fickt ein bisschen rum Mach Kinder genau Ich möchte jetzt auch Dias finden Das kann nicht sein Jetzt haben wir vier Kühe Jetzt hab ich Redstone Boah was hast du hier Er vermehrt die auch gerne ne Also ach so hast du ja grad gemacht bin ich dumm Hehehe Good Job Ich müsste mal was zu essen finden Idee Äh uns fehlt noch eine Treppe Okay hab ich jetzt auch Äh ich wollte mir Steinspitzacken machen Bam bam Ich glaub ich mach auch mal eine etwas größere Treppe Okay Okay das kommt Oh wir bauen mal kurz Ja Ja genau Was Die Enderpeer packen mal aus der Hotbar Fick dich Fledermaus Was soll das Stirb Ich sagte stirb Nicht so dumm die Fledermaus zu treffen Ja Bin so Ähm yes I am Ja So So hab ich eigentlich noch keine Schaufel Ich hätte mir schon längst mal ne Schaufel machen sollen Hast du nicht? Nein Okay Ich bin das ganze FP bislang noch ohne Schaufel Äh Ja Schaufel los Du bist voll unprofessionell und unproduktiv Aber was heißt ja ich bin unproduktiv Ich bin Die ganze Zeit daheim und Also Ja Ich bin äh Ich bin derjenige der Innenarchitektur macht Ja gut hab ich gesagt dass ich hier die ganzen Rohstoffe an Land hole Also Ich glaube aber der unproduktivste von uns bin ich Bisher Weißt du? Ja aber du hast doch am wenigsten eine Ahnung von MC Oh ich glaub das ist kein Eisen Ja ich wusste noch wie man ein Zauntour macht Ja ne ich bringe Eisen mit ich brauche Eisen Ich hab so mega viel Eisen alter Ja dann komm mal bitte ein Nee ganz bestimmt nicht So Komm mal Nein ich werde jetzt hier weiter Farm gehen Er hat jetzt irgendwer von euch die Zeit im Auge? Ja wir haben bisher 12.30 Das kann nicht sein Doch Wieso Er hat es doch nur so wenig? Ja 0 Die Folgen kommen mir auch mal voll lange vor Aber macht doch auch Spaß Jo macht grad echt Spaß So Eichenholz hat noch irgend... ich hab nur Birkenholz Bei Eichenholz Es kann doch nicht sein dass hier keine fucking Dears sind Ich mach jetzt mal die F3 Koordinaten nämlich aus Die haben garantiert schon ganz wieder aufgeregt Oh da ist Gold Ja weil der Video so viele schauen Ja weil der Video so viele schauen Ganze 5 Leute Genau Halt stopp Weil wir werden noch Äh Noch mehr zuschauen Ja Nur 3 Leute ist übertrieben Er untertrieben Ich hab ich sage 5 Nein ich hab jedes Mal irgendwie kanal 20 Aufrufe Boah Kannst du damit gehen? Hast du auch 20 Aufrufe jeden Fall? Ja Wahrscheinlich Weiß ich ja nicht Nein generell in deinen Part Ja Meistens schon Eichenholz brauche ich Stimmt Da war noch was Eichenholz Warum baue ich eigentlich mit meiner guten Spitze die ganze Zeit ab? Weil du doof bist Weißt du dein Eisen? Ja Mit meiner Eisen effizient zwei Spitze können Achso Äh Wart mal Ja stimmt Da fällt es noch runter Also ich weiß in den ersten zwei Folgen habe ich vielleicht glaube ich noch das nicht Aber jetzt das hier ist ja jetzt schon die vierte ne Jo Ja Mit der ersten Folge habe ich mir gar nichts gesehen außer deine Sicht Ja Ja Aber das wäre richtiges Gedicht gewesen Da sich so auch sehr frei gemacht und nicht dumm drauf Jo Ich wusste es Ich wusste es Ich wusste es Ah Das ist wunderschön hier Also Mehrfach dann ging nicht oder Nein Oh Oh Guck mal hier sind gerade Kartoffeln Äh Eisenholz Was will ich Wenn ich Oh Gott ich muss mir jetzt schon ein anderes Texture Pack rein machen Ach ja genau Texture Packs ich werde meine übrigens auch demnächst mehr ändern Also ich habe jetzt vierte Ja Hallo 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 Seid ihr noch in der Aufnahme Ja wir sind noch in der Aufnahme Ich komme noch mal kurz exklusiv für euer Video Oh toll ist ja nett Ja ne Weil mir ist gerade meine Festplatte vollgelaufen Ich habe es gerade gemerkt Hehe Was Ja Benni ich kann nicht mehr rennen das ist gerade richtig behindert Seid ihr noch immer in der Höhle Ja ich bin noch immer in der Höhle Ich bin hier auf dem Feld tätig und Floha macht irgendwas in Architektisches Und ich habe keine Dias gefunden Redstone und Eisen und Larpis habe ich noch gefunden aber keine Dias Larpis ist geil Ich habe jetzt insgesamt 62 Larpis alter Boah nur Also wie gesagt ich kann jetzt nicht mehr aufnehmen weil meine Festplatte voll ist Ja das ist super Ja dann pack doch mal was auf eine externe Festplatte Heizombie Naja hab ich jetzt keinen Bock Nein Danke für deine ganzen Pornos Oh Gott Jaa Rottenflash genau Nur 5k Qualität So scheiße Nicht weniger Man muss ja Prioritäten setzen Ja weißt du ich verwechsel in meinem äh Texture Pack verwechsel ich ständig die Eisenspitzacke mit Eisen Nimm halt mehr als 4x4 Pixel Spitzacke Nein äh Nein das Eisenswert ist in meinem Texture Pack ne Axt Was willst du eigentlich du Kleiner Was ist das Problem Wo kommen die ganzen Zombies her man Sie kommen Aus Scheiße Nein da ja nicht Leider nicht Brauch was zu fressen Oh wie schade Oh du kommst drauf Ich habe nochmal Lappis gefunden Da wo ich bin Ist der Gang Nimmst du jetzt auf mir oder Ne weil mein Festplatte ist voll Ja habe ich gehört Aber du kommst einfach nur so oder wie So ich sag euch eins Hier ist irgendwo ein Spawner Wäre episch Eigentlich so irgendwie Ich bin nicht direkt über dir alter Boah Also ich habe hier gerade als ich mich in den Also hier sind 3 Zombies man Da kommt da Floa reingesprungen ins Ich kriege Schreck Oh mein Gott ein wildes Floa erscheint Floa setzt erschrecken ein Das ist der Effektiv gegen Marvin Nintendoplayer Ja Nidplayer 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 wenn ich bitten darf Genau Wow die kommen ja da raus Oh wow Zungen mich jetzt erschrecken ein Oder was auch immer Oh hier ist ein Lavasee Auf der Höhe 11 Ich bin wieder runter zu dir Staatlich Staatlich gibt es die Sicherheitszertifikat Äh ja sonst geht hier nicht viel ne Wann wollen wir nicht anfangen Die ersten Protokoll zu laden Äh Keine Ahnung Jeder wann er will Nein wir müssen schon Glaube ich wenn er den äh Also ich bin da direkt äh Nachdem er zumindest mal mit der Aufnahmesession fertig sind Hast du wie ist es Musik im Hintergrund? Weil ich nicht muss ich gucken Ich weiß gar nicht Ich mach was im Hintergrund das nicht Weißt du wie lange sitzt du immer an so einem Minecraft-Bart Benni? Stunde Ich guck mir den immer nochmal komplett an Hier ist jetzt immer anderthalb Stunden dran Oh mein Gott Janik will Qualitätsraum Sag jetzt Ja weißt du wie viel Mühe ich mir bei Minecraft folgen Jetzt sammle doch die scheiß Erde auf Junge sammle die Erde auf Mein Inventar ist doch nicht voll Ich hab grad Pferde verstanden nicht Erde Ich sammle jetzt doch endlich mal meine Pferde auf Ja Leute Ja hab ich ja auch so gesagt Was will das mit Pferde? Ähm Benni Wo bist du Abgesehen davon dass gerade irgendwie mein halbes Internetop gekackt ist Erdauten bist du Benni komm mal zu mir hoch Marvin wird als zwei Creeper Ich mach doch gerade absichtlich etwas was in einem eigenen Video langweilig wäre Strip nein Ja richtig Nice Nice Dice Sonst hätte es doch gar keinen Sinn Und das kann ich doch nicht in einer meiner richtigen Folgen machen Oh Ich sag mal so wir haben jetzt auf jeden Fall Ich hab drei Creeper getötet Man bin nicht krass Und Und ein Skelett Gleiches Aber das einzige was ich bisher noch nicht gefunden sind ist echt Dias Ich hab so viel Gold, Eisen und Aber Dias ne Nein Schade dass schon immer da ist Oh hier ist ne Höhle Ich hätte jetzt eigentlich noch gesagt dass wir irgendwie uns alle irgendwie zusammen ausstellen Ich nen Screenshot mach aus der Third Person Perspektive und das dann als Thump benutze Loll Was ist das für ne Höhle alter Kann man da mitkommen Ja ich komm zu dir warte Machst du wieder ein Logo für uns? Kann ich machen Ich meinte eigentlich Flo aber Yolo Ich mach dann was suchst du denn in meinem Garten Junge Ich benutze einfach das normale Minecraft Logo Benni wo bist du? Ja was äh was bist du? Jo hat gerade einen Speed von mir favorisiert Ja der macht das immer Ja Ich hasse es wenn Leute irgendwie Ich bin jetzt in der Schlucht Ich bin über der Schlucht Vor sie irgendwas anderes machen Ah da oben bist du halt Oh Enderman Geht Will ich will ich will ich Was macht der Stein hier? Ein Stopp Ah so Du kleiner Wichster von der Höhle Unsere Treppe ist jetzt 5 Blöcke breit Hier spawnen einfach Millionen Zombies Wir haben jetzt nur 5 Blöcke breite Treppe Und was bringt das? Sie ist einfach groß Ah das ist nur kurz Ja Ich helfe die ganze Zeit Rotten Flash man Äh ich glaube ich schläfe mal kurz vom Server Was? Geh da nochmal drauf Warte kurz dann hier von euch Nein Ist von mir ja Ja Spinde Marvin wie lange ist die Folge? Nein 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 Wow Hahaha Äh So Okay da oben ist Gold Die Folge ist jetzt 2040 Das heißt bis Bioser wird es halt beenden Äh Okay Okay Aber Gleich wenn ich zurückgefunden habe Zu mir gekommen ist Ich bin bei dir Ist mir egal So Ist mir egal Ist mir egal 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 Enderman 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 Tschüss Wenni und ich haben schon 2 Enderman hier geklatscht Leute Ja ich bin Also ich würde sagen der Part ist vorbei Also bis zum nächsten Mal Ciao Ich hab grad nur 2 Enderman Einfach die Enderman Ne also Janne Ne also Janne kommt jetzt noch einfach mit Ja ich also mein Part geht noch ein paar Minuten ich will noch mein Zeug holen Ein paar Sekunden Oh Gott Ohne es fang anzuregnen Geil Und hier um die Ecke Warte Ausleuchten eben Eh Slash Hier wart ihr schon lol Ich hab mich einfach rumgegockelt Daumen voll Lol Wo ist mein Zeug? Ja ja hab ich das ob die die Hand geholt Nice Benny Aber da um die Ecke könnten noch Sehe ich das Jan Äh Halt's Maul Ich hab grad bisschen bei mir rum Wo bist'n du jetzt? Ich brauch nur ein Wassereimer kurz Ich hab ein Wassereimer wo bist'n du? Ja Wieso hab ich ein Holzschwert? Wieso nicht? Ach ich hab gar kein Jetzt versteh ich's Ich hab gar keinen freien Inventarplatz mehr Da fehlt nur die Textur oder was? Da brauch ich mich halt rüber Ja geil Schwemm ich halt in die Alter Wenn ihr geweckt hat Wenn ihr geweckt hat Na jetzt versteh ich's auch gott Ah dahinter ist auch noch Redstone Wieso nimmt er das? Da fehlt einfach die Textur Ja gut dass ich noch keinen Texture Pack hab Ich hab auch keinen Ich mag gleich im nächsten Partner anders rein als ich bisher die ganze Zeit hatte Ja ich hab gedacht äh Ich kann hier noch nicht mehr aufnehmen Wenn die Textur ne vorhanden ist wird sie durch äh Standardtextur ersetzt Meine Effizienz 2 Spitzacke wird gleich down gehen Was benutzt doch deine Eisenspitzacke alter Meine Dias Spitzacke ist besonders okay Die hat man nur einmal im Leben Ja benutzt deine Steinspitzacke Ich hab nicht mal mehr eine Steinspitzacke dabei Ich schon Hätten mal was gesagt Ja da hab ich doch noch welche Mann ich will Dias finden Es kann echt nicht wahr sein Achso übrigens sollten wir echt die Folge beenden Ja stimmt 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 Da warst du Voll unkoordiniert Ich bin gleich soweit Ohne Momento Ich bin noch grad hier Vier Blöcke setzen Und vier abbauen Also So zwei abbauen Noch ein abbauen So und jetzt setzen So eins Wir gucken jetzt den Fluch dazu Drei Drei Vier So ich bin fertig Geil Dann ist die Folge jetzt bei mir vorbei Ciao So bei mir auch Tschüss Tschüss Ciao Schaut auf den Folgen bei den anderen vorbei Nur ist ja immer was anderes zu sehen Tschau